Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, hier unten. Und dann schauen wir uns hier mal wieder ein bisschen um. Hier haben wir Post. Schauen wir uns mal die Post an. Ja, sieht nicht so aus. Lesen, ihre Abrechnung wurde beigefügt. Dringend, ihre Stromrechnung ist erhalten. Überfällig. Okay. So, hier. Was ist es hier? Ich habe von der anderen Seite verriegelt. Raus kommen wir nicht. Was sind denn hier für Bilder? Fotos. So sieht es aber nicht. Sie sieht aber nicht aus, wie wenn sie grinst und lacht. Okay, mit einer Schaukel. Ja, sehr schön. Schöne Bilder. Ah, von Kate. Ich dachte gerade, wir haben eine neue Karte bekommen, weil da stand irgendwie Karte. Aber ich glaube, ich habe mich verlesen. Also, ähm, ja, T2UL. Ähm, thank. You. Also, thank to. You. Life. Also, danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Ding, der Typ ist ein Arsch. Ja, ja, das ist er. Einschalten. Was läuft denn heute so? Aha, gegrisselt läuft heute. Interessiert mich jetzt nicht so. Fotos. Joyce still works at T2Wales Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ja. Ja, du sollst mal einen holen. T2Wales Dinner. T2Wales Dinner. Gut bürgerliche Küche. Okay. Sehr lecker. Müsli, Milch, Erdnüsse, Butter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen. Ölbanan? Gehört das zusammen, Ölbananen? Ich müsste doch zuerst ölen, dann drunter Bananen. Toilettenpapier. Okay. Weil ich denke nicht, dass es Ölbananen gibt. Aber, ja. Die Einkaufsliste hängt auch am Kühlschrank. Einmachglas. Was haben wir denn da drin? Ich würde gerne in Paris gehen, auch. An dieser Stelle werden sie glücklich, dass sie in Portland kommen. Yum. Das sieht sehr lecker aus. Ich vermisse Joyce's Küchen. Okay, Foodcard monatlich. Heiße Räder. Holzofenpizza-Wagen. Holzofenpizza-Wagen, okay. Lecker. Ich bekomme hier ein bisschen Hunger. Ansehen. Am Boden ist es dreckig. Hey, ich erinnere mich, dass das Stain. Chloe und ich haben Joyce's Weinbottel übergezogen. Und wir haben es für immer gesprubt, aber es kam nie aus. Wir haben uns so verabschiedet. Ja, okay. Sehr schön. Hier können wir uns setzen. Ach, setzen wir mal uns ein bisschen hin. was ist das mit der weinflasche mit der weinflasche der hatte schöne musik die musik gefällt mir ich finde irgendwie ich mag diesen ruhigen stil sozusagen von dem spiel das gefällt mir wie man sich da hinsetzen kann und einfach die musik genießen kann ja aber stehen wir mal auf denn ich möchte auch mal vorankommen im spiel bild die haben wir einen hirsch gejagt mit dem fernseher können wir nichts machen kommen wieder raus ja wir kommen raus was wollten wir eigentlich machen ich glaube wir wollen in die garage oder kann es sein wir wollten ja in die garage denn unsere kamera reparieren weil die hat ja in der garage werkzeug für kamera das wollten wir benutzen nachschauen können wir schaukeln können wir uns nur setzen okay max i'm already grown up what about you travel that would be awesome explore the world go far from here far from me thanks a lot dude dude you would totally come with me i need a bodyguard for our adventures i would be like laura croft except real that would be majorly cool totally we'd have cars and boats and planes all over for instant escape and no adults could tell us what to do count me in what would you do while i was bodyguarding you maybe take pictures of our adventures i would love to be a photographer as if i ever could be what are you talking about max you are photographer your pictures could be in museum someday they will i believe in you achja das ist toll aber stehen wir mal auf schauen wir uns mal noch ein bisschen hier um konnten den schönen garten hier und schmetterling da haben wir im grab we made this grave for chloe's kitty die katze wurde überfahren sehr traurig aber gut wie kommen jetzt in die garage da ist die garage kommen hier kommen wir in die garage oder kommen hier nein von da kommen wir nicht rein hallo hallo ich bin ja gerade irgendwie ein bisschen hängen geblieben gehen wir mal wieder rein da flackert der fernsehmer noch so schön hier ist glaube ich die garage ja da ist die garage regal da haben wir keine werkzeuge schublade ich mag den nicht der ist voll am arsch so was haben wir hier drin chloe stepdad is a veteran and security guard he must really hate her verlesen blackwell academy hs sicherheit david metzen wird er 9.203 10 ja hier mit militäruniform ich hasse den der nervt mich ich möchte ihn gegen die wand schlagen schrank nichts nützliches akten werden die fallen uns runter die akte wird konsequenzen haben ich werde die erst mal anschauen dann zurück okay das ist ja das wird unheimlich ist voll der stalker kate marsch sie weiß etwas geht er denkt sie weiß etwas was ist es für ein stalker übel der stalker 15 15 17 blackwell academy parkplatz was ist es für ein krankes schwein entschuldigung für diese wortweise wortwahl aber ich hasse den aber erst mal zurückspulen denn wir wollten alles unentdeckt lassen aber das übel der stalker was hat der was macht er denn so am pc okay da können wir nichts machen da wird metzen gesperrt passwort eingeben nicht david fragezeichen entsperren hierfür brauchen wir ein passwort leider haben wir den nicht der ist hier bestimmt irgendwo vielleicht 9 11 aber obwohl wir können da glaube ich nichts eingeben oder nein wir können da nichts eingeben schrank haben wir da was drin diese aktion wird konsequenzen haben weil wir die schranktür geöffnet haben es ist ein fernseher hat sich hasse den aber können wir den schrank wieder zu machen außer mir da will er also wahrscheinlich überall die kameras anbringen bei den roten kreisen akademie kamera positionen ja und es sind nicht wenig orte hier ist der parkplatz wahrscheinlich und hier überall ich hasse den können wir den schranktür wieder zu machen ja schließen so so ist es ja wie davor es wird eigentlich keine große konsequenzen haben werkzeuge aber die werkzeuge brauchen wir hier sind auch werkzeuge durchsuchen ok da sind die akten ja das sind die werkzeuge die wir brauchen so was sollen wir machen was ist wenn wir das einschalten super da kommen wir nicht ran aha ich habe eine idee wir spielen mal zurück zurück mit der wunderschönen zeit so dann können wir den karton schieben sehr schön einmal darunter schieben so und dann einschalten dacca 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 und sehr schön jetzt schalte ich das aber erstmal aus wir wollen alles auf seinen ursprünglichen zustand lassen und hier haben wir jetzt unser werkzeug okay dann gehen wir mal wieder hoch zu chloe wir kommen wieder nach oben wo war chloe ist immer hier öffnen hello chloe Werkzeuge schraub 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 so ich kann't fix this thing are these your new photos yeah i just took them today let me see booyah you skank karma's a bitch nice framing too wait i've seen this before uh no way when did you take this you took this photo you brought in the bathroom today you set up the alarm that's why nathan raged after you it totally makes sense you hella saved my life now tell me the truth max ich war da ich war da ich war da ich war nicht da ich erzähle die wahrheit das ist ja unsere freundin und ich werde ehrlich sein ich war mir nicht sicher nicht im geringsten ich war mir nicht sicher nicht im geringsten nur ein bisschen nur ein bisschen just a bit there is no way there is no way you didn't hear every single vow okay i only heard something about money drugs but that's it now for the big question did you tell anybody absolut wie wer absolut nathan presscott had a fucking gun on you gutless prick how scary who did you tell the principal but he didn't seem to believe me the principal are you still 12 that drunk jackass only cares about cash for blackwell academy don't trust him i didn't mention you at all swear thank god i'll tell you more someday and i seriously owe you max i uh i know it was your birthday last month this was my real father's camera i want you to have it that's so cool you remembered my birthday but i can't take this of course you can my dad would be pissed if i never used it and now i know it'll be used awesomely and i'll snag this picture as a symbol of our union cool yes of course it's cool thank you this camera is so sweet now that we got that mushy shit out of the way i feel like stage diving let's trash this place you're crazy yep yep i'm fucking insane in the brain let's dance shake that pony white ass or take my picture with your new camera super aber ich würde sagen ich beende hier die folge und ja und wir tanzen in der nächsten folge mit dir ja 17 minuten nehme ich auf geht eigentlich auf jeden fall hoffe ich euch hat die folge gefallen ich würde mich über einen positiven Bewertung freuen abo oder einen kommentar dann vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer xedo dann ciao bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020